ding dong ja ich glaube ich alles richtig gemacht denn mittlerweile ja macht jemand sogar videos über meinen kanal oh man hört die verbitterung schon raus schon freut mich dadurch sehe ich dass ich nichts falsch gemacht habe natürlich man macht immer was falsch und man sollte sich immer hinterfragen aber komm ich später mal drauf ja in diesem sinne wenn ihr immer bei der wahrheit und bei den fakten bleibt müsste das klappen die ersten anzeichen sind da beispiel gez die haben mittlerweile mächtig zu kämpfen schaut mal ins bürger forum rein und wie auch immer bleibt bei der wahrheit bleibt bei den fakten dann klappt das das kann nur besser werden also ich wünsche dir alles gute fürs neue jahr guten rutsch und was man so wünschen